Meine Lieben, ja genau, der Einkaufswagen, Mann. Aber jetzt zählt nicht der Einkaufswagen, Mann. Sondern jetzt sind wir vom Pump-In, gehen wir jetzt ins Vote-In. Wir gehen nämlich jetzt zur Hessischen Landtagswahl zum Wählen. Was ich wähle, dürfte bekannt sein. Was der Michael wählt, ist ein Geheimnis. Wird auch für immer ein Geheimnis bleiben. Der Einzige, der das weiß, bin ich. Aber ich halte natürlich meine Klappe. Wir haben ja noch Rot. Und Michael, bist du eigentlich schon aufgeregt, die Kreuze zu setzen? So kurz vor den finalen Stationen jetzt. Du bist schon ein ganz abgeklärter Fuchs in diesem Beschäftigen. Na ja, Plautze wählt zum ersten Mal, muss ich eigentlich stehen, die CDU. Und hier ist der Schlafplatz vom Einkaufswagen, Mann. Hier wohnt der Einkaufswagen, Mann. Im tiefen See zum goldenen Blättchen. Da wohnt er. Schöne Matratze, das ist ein Luxus-Apartment. Was meinst du? Küche, Bad, Schlafzimmer. Und da ist wohl die, ach, da ist aber nicht der Einkaufswagen, Mann. Ach, das ist sein Nachbar, Michael. Dann ist das dann der Nachbar. Und das hier ist wohl vom Einkaufswagen, Mann, dann nehme ich an. Nur das Einzige, was noch fehlt. Ah, da sind sogar, oh, da ist ja eine ganze Kolonie hier. Aber das Einzige, was noch fehlt, ist das Dach, oder? Das Dach. Das Dach. Aber schön haben sie sich eingerichtet hier, ne? Und wir werden wählen, damit solche Leute demnächst auch eine Unterkunft bekommen können, wenn sie das ja möchten. Und in diesem Sinne, meine Freunde, seid gespannt bis gleich. Denn ich nehme das persönlich jetzt auf, live und exklusiv, wo ich denn mein Kreuzchen mache. Machen wir auch Wahlbeobachter. Wie, was meinst du mit Wahlbeobachter? Jeder darf zugucken und ich glaube, ich weiß nicht, ob man es mit Kamera machen kann, aber bei der Auszählung zu gucken, dass alles mit rechten Dingen funktioniert. Ach so. Also das wird ja erst gegen den späten Abend dann passieren, ne? Ich glaube, 18 Uhr schließen die, ne? Oder ne, bei der Auszählung vielleicht, ich weiß. Musst du mal fragen, frag dich dann. Das können wir eigentlich tun, damit hier noch nichts beschissen wird, ne? Also in diesem Sinne, meine Freunde, seid live und exklusiv. Bleibt dran bei dem besten Kanal der Kanäle. Mit meinen 86, 88 oder 89 Abonnennen. Mein TV-Blautsal!